große ruhen ihr könnt sie jedoch in heiligen türmen zwischenland wieder herstellen nächste beschreibung habe ich nicht habe keinen keinen hat ja ich würde es verpflanzen geil wie unnötig wie unnötig unnötig das was das was ein schmuck gott im himmel das ganze innerhalb von einer halben stunde opium und das angenehm und darauf er wird füße werden perfekt war doch gar nicht mal so bild hallo also aber sind sie los la 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 der godrick kloppt den ismail schenkt ihm an wie slave naikael doch nun hat schmähle doch gesiegt so dass der godrick im wind verfliegt ja gegner du geile sau jetzt mach mal weiter ja genau oder plan danke dir doch wir haben wir haben den damen schon bis ich glaube ich hab ein dick ist der hoch nicht scheiße ach egal was wichtiger ist das lagerung ja gage die lagerung kommt ins rollen die überhaupt nicht mehr für wochen ist ja alles kacke hier wo zum bums bin ich eigentlich ist ja alles in will ich will dass ich runter springen ach hier ist der leite aber anderer weg weil hier geht nur ein weg runter jetzt das item nicht erig dass du bist elven ring bro seitdem na kommst du glaubst du gerne in der book wandel dich macht dich ja so einem objekt aus der gegend das bringt der mann scheiß pvp adler augen teleskop voraus ach so das ist ein nicht angriffs gebiet deswegen die adler augen teleskop voraus ist hier irgendwas als wertvolles objekt am arsch die wand gibt es hier nicht an die man einrollen kann alles für den arsch 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 ja und auch drüben runter na Moment wie heißt das wo krieg ich das keine ahnung ähm du kriegst das in der ersten dann lass mich kurz überlegen ähm du kriegst das in der burg da wo der tutorialboss rum strummert ich glaub sogar wenn du den legst in der truhe hinter ihm entweder das oder irgendwo in dem gebiet in irgendeiner kiste 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 mhm irgendwo da ist es ja soweit ich das meine ach also ja stimmt eher gut besser natürlich eh klar na muss man ja gar nicht mehr sagen du bist tot ne da wollen wir nicht raus ach ne mal hier ah ok ich wüsste wo ich bin ne ich hab riecht die traube au geil jungfer teure jungfer wo seid ihr bitte neben meinen trauben von eher aus wie kleine rosinchen alter dann halt nicht was war das für trauben träubchen kleines träubchen was willst du denn von mir ach ich hab ne goldene saad vergelbende und triebende augapfel eines kranken wieso heißt wieso 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 ist ein wait wieso muss man ein item raube nennen also nach einem anderen obst wenn es im original sowieso apfel heißt macht das sinn nein 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 eigentlich nicht so das sind so sachen das sind so worte die musst du dir einfach so vorsagen dass du sie halt nicht selber nicht dass du sie selber merken kannst genauso wie 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 engagement engagement habe ich eine zeitlang konnten wir einfach nicht merken wie man schreibt warum auch immer und habe immer ein argument gesagt immer oder nicht gesagt aber mir vorgesagt man konnte ich schreiben ja 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 junia das zeeland freut mich ja da freu ich mich ja wow geil ey gnade kleine gnade ja wundervoll so wo sind wir was tun wir was haben wir denn da wir haben da so einen komischen kreis da kommen wir wieder irgendein sprung bettelt da hinten ist die kirche ist okay komm mal hin nee komm ich hinlaufen von wo denn stop insel eiland ist auch nix da lang ja da lang abhört guck die katze tanzt für sich allein tanzt auf einem bein war genau so ging das drüben geht es rüber möchte ich da rüber wahrscheinlich schon das die war fahr fahr ist ich hier von irg jetzt nicht heilige tränen ja ich muss nicht was ich studiere blinston-sorcerien in der akademie rea lucaria für eine kleine donatung hau rein zumindest ist ehrlich was bist du heuert magische schimmer stein geschosse mit dafür irgendwas zahlen außer mana nicht oder geil schimmer stein bogen der sich ausbreitet er schafft ein sternlicht dass die umgebung beleuchtet der wahnsinn wieso brauche ich dafür das meiste ja nimm mit wie kann ich so ein bumms jetzt ausrüsten brauche ich dafür auch einen katalysator oder kann ich das einfach 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 reinpacken spiel sei cool spiel sei einmal in deinem leben sei cool einmal komm sei einmal cool zack nur einmal nö spiel sagt nein spiel sagt nö ich bin einfach grad ich muss auch an der gunst machen oder wahrscheinlich der obere katten dann auch alles für den anus alles für den club alles für den panus alles für den schub weil steht er nicht noch mal auf geht doch mal auf ne na natürlich an irgendwas konnte ich mich entsinnen ja das war das war der bums ok oh ne wait ich hab ich hab ich hatte hier ne gunst ähm ich geh mal kurz meine seelen ausgeben meine rune sorry es heißt runen an irgendwas hatte da noch in erinnerung dass ich dann bisschen öfters gestorben bin haben wir eine mehr stufen aufgestiegen wir brauchen aha was brauchen wir brauchen wir glauben ich glaube wir brauchen glaube auf 15 oder wie war das nochmal glaube 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 wo ist denn der bums mein gott einmal zurecht finden hier glaube 15 sehr gut perfekt ab 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 so zauberlernen ihr müsst das menü zauberlernen könnt die zauberin auf anrufungen sammeln ihr müsst ein stab aus halt doch noch man ihr müsst einen stab ausrüsten ja toll spiel wo sind wir hier wozu brauche ich den gott und gott verdammten starb Dumbledore kann kann ohne zauberstab mach die blühe alles gut hier wollte ich nicht hin hier wollte ich hin ja stirb langsam mein freund und leise vor allem dann 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 also ich ja da kann der kann der exakt your butt bin ich gut hast du keinen zauberstab okay das ist es ist meine 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 magische ist meine magische karriere jetzt darauf limitiert dass ich keinen zauberstab und auch nicht weiß wo ich einen herbekommen kann behält der hals im maul und ich weiß wo ich an herbekommen kann weil mag ich es ist einfach wunderbar so eric du bist wie gesagt du bist doch hier die meister profi und so gibt es irgendwo eine möglichkeit kurzfristig einen zauberstab her zu bekommen und gibt es die möglichkeit dass man so ein scheiß schwert sofort ohne verzögerung zweihändig aus der aus seinem port aus 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 seinem portmonee nimmt vermutlich nicht schweinerei alle schweinereien sag's ja so wo kommt das gekrusche her da au 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 Nein! Wollte ich nicht. Ja, danke. Tolles Spiel. Akademie, Schriftrolle und solche. Ist okay. So, abwarte. Komm ich von hier auch runter? Ne, wirklich. Also ich könnte... Ne. Von hinten komme ich auch nicht da runter, oder? Doch. Ne, doch. Hä? Hallo Baum. Ne, verwirrt. Alles hier verwirrt. Ne. Bin verwirrt. Bin verwirrt. Achso, wait. Haben wir nicht. Ja. Easy. So, scheiß Pferd. Abwarte. Hüpp. Ja, ja. Da hängen Lümmels. Ich sehe schon. Die wollen mir nichts Gutes. Das ist mir vollkommen bewusst, ne. Wieso bin ich hier? Achso. Ne, was? Flup. Wollen wir uns noch einigen, dass ich da nicht wirklich Bock habe hinzugehen? Wer ganz genau weiß, dass nur Kacke angeschissen kommt gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn mit dir kaputt, mein Freund? Ich... Ich... Ach komm, wieso? Kann man doch nix durchlaufen und dann kommt dran vorbei. Alter, das ist so nervig. Dreh durch. Dreh durch. Und warum... Warum will ich jetzt kloppen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Lalalalalala. Und warum hält der so viel A-Haus? Ich glaube es nicht. Ja. Ja. Fuck frei seit 03. Perfekt. Genau hier wollte ich hin. Sehr gut funktioniert. Bin ich happy. Absolut. Find ich geil. Ähm... Okay. Leig nochmal ab, ne? Juhu! Bupa bu 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 bu. Siehst du mich? Bist... Was bist... Was? Was? Was für ein Arsch? Was? Wann ist das? Was für ein Arsch? Was? Wann? Assini? So. Ich... Herr, was ein Asin. Yay! So kommt mal raus hier. So. Weiter. Sonst was? Nö. Back, back, back. Back, back, back. das war es jetzt hier ist ja der tut er noch er kommt da kommt er noch jetzt sind die lute das muss in solchen gebieten ist aber nur was zum aufhalten muss ich solche sachen irgendwo abgeben erst oder wenn ich so ein zeug habe dann kann ich das dauerhaft dann brauche ich das erst irgendwo abgeben oder sowas anders als bei den zauberhanden bücher nur erst lernen und da geht es ja auch in die süpfe wenn du minder aber nicht mal eigentlich scheiß hummer da vorne ist auf jeden fall eine gunst eigentlich war doch nur lobster oder lobster lobster könnte schwören das schnüpper hummer und die laufen hier irgendwo rum ich dachte die pimmeln hier irgendwo rum ich bin mir sogar ziemlich sicher weil ich glaube dieser sumpf ist einfach so ein gebiet wo man einfach durchläuft wie so ein dummer ich bin hier neun ich bin hier nicht doch ja komm lauerlich hast du was für mich anzubrechen ein astrologenstab ist es jetzt ist es ist ein zauberstab mit der auch als katalysator für zauberreihen dient sehr gut mein freund ich nehme mal kurz mit ne nur so by the way schau mich einfach nicht an es gibt den krustentierart die verschießenden luftdrücken der das wasser auf 4000 grad erhitzt damit es entgegen erschießt du meinst ähm du meinst das pokémon ne steve hab dich durchschaut lass es nein doch ja ja effizienz am arsch er sagt warum why aber das ist dann schon eher so ein ne aufgesetzter schuss oder national geographic der hat aber der hat aber keine range oder ja ansonsten müsste der von der menschheit extrem genervt werden ekelhaft aber wir brauchen glaube ich über 5000 das ist bestimmt mirko off stream ist der eigenen größten tier ja mittlerweile so viel spuck wie der drin hat das könnte schon hinkommen ist ja eklig hm was haben wir eigentlich in seelen äh vorhandene runen vier wir haben genau vier runen schwierig ich glaube nicht dass die reichen da ist jetzt sind wir zehn könnte reichen na 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 jetzt sind die wieder da wait aber da vorne ist ja die mhm warte mal da vorne ist zumindest die karte die map irgendwie direkt hier vorne ist die map 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 schon sagen ja zauberer anrufungen ja 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 egal dass mich doch nur dorthin und das ding mit abwarten aber es ist im bonn schaft nähe aus der nähe dass das vieh ich kann dir die hand zerfetzen ja wenn der schwanz was aber nur unter wasser oder über wasser über wasser wird es kaum hinbekommen nur unter wasser ok die natur ist so verrückt ja deswegen müssen wir sie komplett ausrottet bist du denn die alte fingerin ich sehe schon dass wir den finger bei dir ich wollte aber noch mal heute noch mal hinter also ich habe es gesehen man kommt da auch einfach rüber als wir den scheiß weg mich hier wer zu funden ich nicht aber die diese aber eine ganz ganz ungesunde axel accent sind dann bin ich gut finde ich nicht gut so der männliche lümmel ist ein wunderbares organ ist ja das stimmt aber ich muss kurz weg wir sind auch die besten das bist du denn für einer aber ich denke ich möchte es sagen ok auf was du da hinten eigentlich es ist uncool ist es das ist doch unfassbar ich habe nur so sein so ah wait ok als du da hinten mein freund jo die spaß im luich meine gute die schneider hummers sie stehen und warten der ist mir die dümpel durch den garten reitet auf seinem hohen rost auf dem weg zum nächsten boss davor gibt sich hier sumpf und drücke mal macht der roll manchmal hoppi hoppe backstift des todes und perry auf doom jetzt mach mal hinne schmeli gammel nicht rum eric das hier ist ein open world spiel ok das muss auch so gespielt werden wärmender stein geil kann ich den knicken damit der warm wie komme ich dahinter wie komme ich dahinter wie komme ich dahinter wertvolles objekt vision hiervon ach kommt mir bekannt vor das ist ein fernsehturm ist es das intro nee tutorial doch das ist das tutorial kann es sein klar aus der knicklichtstein ja genau aus dem bums kommt man raus und da wird man gelegt das ist das ja da wird man massakriert den ding kenne ich aus hat das spiel begonnen ja das siehst du mal ich weiß wo ich gestorben bin ich kenne mich da aus auch wenn ich mich sonst nicht auskennen sonst los bin wo ich gestorben bin da war das ist das ist das das halb ich alles zeigt nach oben oder das ding zeigt hier lang alles zeigt nach oben nur du zeigst nach unten unten war glaube ich scheiße was was du für ein kerk aber ist ein haufen unten war kacke wir wollen glaube ich nach oben das war das war die überschwemmte stadt oder sowas wenn auch wenn es so ob wir spielen wir sind ja nicht verpflichtet dazu alle gegen rum bleibt mir mal kurz kicken ja